Ich tue mein Bestes. Und diesmal behalten wir das Dorfzentrum. So steht's nämlich hier. Ja, Herr. Ger. Euer Dorf steht unter Beschuss. Und dann, dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... Darf, Chef. Ja, ihr hüffelten Alten. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja! Die Rüstung wird auch verbessern. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Perfekt. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? So. Schaufschützen, ihr seid Armee 1. Macht euch den Weg. Seid unbesorgt. Jawohl. Wie ihr wünscht. Verderbt den Roten. Schön den Tag. Hm. So soll es sein. Jawohl. Ja, mein Herr. Wir erledigen das. Bis in den Tod. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. So, hier noch ein bisschen ausbauen. Ausbauen, hab ich gesagt. Dann ist Armee 1 das Südtor. Armee 3 das Osttor. Armee 1 das... Armee 2 das Osttor. Äh, Westtor. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Oder auch nicht. Dann ist Armee 3 halt dieses Tor hier. Mit unserer Angriffsanmeldung. Hier können wir noch weiter anforschen. Wird gemacht. Jawohl. Hier können wir noch weiter anforschen. Acht. Zurück. Natürlich können wir nicht drauf achten. Wie ihr wünscht. Gell. 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 Angriff. Das kann ihn. Wir kümmern uns darum. Sofort. Attacke. Gell. Dafür sind wir genau die Richtlinie. Dann ziehen wir wieder ein bisschen durch die Gegend. Für Ruhm und Heere. Wohl nicht der Ausbau jetzt verbracht. Alles klar. Weiter verbessern. Armee 3. Vorwärts. Wird gemacht. Ja. Wir erledigen das. Seid unbesorgt. Wie ihr befehlt. Seid unbesorgt. Jawohl. Ja Herr. Jawohl. Wird gemacht. In Ordnung. Wie ihr befehlt. Dafür sind wir genau die Richtlinie. Sofort. Auf in den Kampf. Dann haben wir nämlich eine deutlich bessere Chance. Zurück. Auf in den Kampf. Verteidigt euch. Das ist das einzige was wir als Fan-Camp-Einheiten haben. Deswegen müssen wir uns darum relativ schnell kümmern. Ergreift sie. Ergreift sie. Die reparieren zumindest schon mal. Jetzt könnt ihr zeigen was ihr gelernt habt. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Attacke. Jawohl. Wir erledigen das. Ergreift sie. Ergreif ist. Er coordinate. Wie ihr befehlt. So soll es sein. Jawohl. Dafür sind wir genau die Richtlinie. Erfreie in Beispiel jokes. Okay die scheinen sich nicht wieder aufzubauen. Die scheinen nur zu reparieren. Das ist gut. Wir erledigen das. So, eine Gießerei. Wir haben jetzt hier oben einen Platz. Der da ist nicht dran. Geh bitte reparieren. Wir kümmern uns darum. Okay, pass auf. Wir machen Gruppe 3 zu Gruppe 1. Damit wir aus purem... Aus purer Praktikität. So, ihr seid Gruppe 2. Und ihr seid jetzt Gruppe 3. Und ihr geht euch mal wieder auffrischen. Ihr seid ja schon davor gekommen im Eimer. Was habt ihr den ganzen Tag gemacht? Habt ihr euch einfach geprügelt? Ihr wisst doch, dass Mutti das nicht mag. Ich tue mein Bestes. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich bin Schengel, bitte hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? All eure Wohnpäuser sind belegt, aber es geht nicht. Motivation. Wie kann das sein? Ach so kann das sein. So, aber nicht mehr. Steuern und Sollt werden gezahlt. Wir sind übrigens Gruppe 0. Und sie sind alle... Sie sehen alle aus wie so ein Flickenteppich. Sofort. Ja, mein Herr. Euer Wunsch ist mir befehlen. Da ist noch nichts ganz vollständig, aber egal. Führen Sie mal kurz den nächsten Angriff durch. Ihr repariert kurz den Tor. Sofort. In Ordnung. Hört gemacht. Nur Mut. Wir werden siegen. Ger. Wie ihr befehlt. Leert sie das fürchten. Das Gewelle ist ausgebotet. Feinde greifen euch an. So soll es sein. Ger. Ja. In Ordnung. Jawohl. Auf in den Kampf. Ich hab getan, was ich... Was ist auf die Kanone? Ja, die Kanone kommt. So soll es sein. So soll es sein. Wie ihr befehlt. Drake macht das einfach so. Dann haltet ihr das schon aus. Amir 1 und 2. Ja. 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 Jawohl. Für Ruhm und Ehre. Jawohl. Ja, wir brauchen ein paar Belagungskanonen zu dir. Wir räumen einfach alles weg. Da ist Gruppe 0 schon wieder massakriert worden. Ja, ist gut. Attacke. Nur Mut. Wir werden sieben. Seid unbesorgt. Zahltag. Ja, das kann ich. Wie ihr wünscht. In Ordnung. Wird gemacht. So soll es sein. Wir kümmern uns... So, mal schauen, ob die Türme wieder stehen. Wenn die Türme nicht wieder stehen... ...dann werden wir es relativ einfach haben. Ja, genau sind wir genau die richtigen. Wird gemacht. Seid unbesorgt. Die Türme stehen wieder. Sie greifen an. Ja, gut. Wir werden die Kanonen definitiv brauchen. Also ich glaube, wir können die schneller kaputt kriegen, dass sie wieder aufbauen. Hier standen drei Türme und... ...bauen die die einfach willkürlich irgendwie wieder auf? Ketzerei. Seid unbesorgt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Forschung angeschlossen. Auf in den Kampf. Jawohl. Jawohl. Sofort. Macht sie nieder. Offenbar bauen die da hinten einfach irgendwelche Türme hinterher wieder auf. Bis in den Tod. Ja, wir bauen ganz klar Belagungskanoden. Um uns diese Gegnern was nicht zu schnetzeln. So soll es sein. Macht sie nieder. Wir erledigen das. Ihr werdet angegriffen. Ja. Ich tue mein Bestes. Auf in den Kampf. Für Ruhm und Ehre. So, bringen wir uns mal ganz schnell zurück. Wie ihr befehlt. Denn hier geht es nämlich schon wieder ab. Und das soll natürlich nicht so sein. Der Tag der Abbrechung. Steuern und Säuze gezeigt. Wie hat meine Klinge? Lass das. So. Ausbau. B. Oh nein, da kommt der Winter wieder. Schneeflüschchen weiß. Gut, dass wir unsere Truppen zurückgezogen haben. Wenn jeden Winter passiert irgendwas Unglückliches. Und was da nämlich das letzte Mal an Truppen ankam, war nicht sonderlich feierlich. Dafür sind wir genau die richtigen. Dann werden wir gleich die Abelessenschützen wieder als defensive Armee einsetzen. Und sobald wir die Beleidungskanonen in den Kampf führen, werden die Scharfschützen die Offensive sein. Dann können wir die Scharfschützen nämlich um die Gebäude kümmern und die Kanonen um die Truppen. Erstmal das Verbessende wahrgestellt. Wir müssen natürlich, wenn wir ja noch Alchemisten durch irgendwo hinsetzen. Aua, nein, nicht tun. Nicht die arme, arme Gruppe 7. Ich tue mein Bestes. Als hätten wir noch ein Überblick darüber. Attacke. Was macht ihr denn da? Lieber als das. Natürlich. Jupp. Fertig, Meister. Wir könnten hier oben theoretisch, äh, welchen müssen wir natürlich irgendwo hinsetzen. Und einen, der noch für den Süden kommt. Hier so hin. Feinde haben einen Held attackiert. Haben wir noch Plätze? Nein. Dann, das ist gar kein Problem. Dann schaffen wir welche. Hier. Das ist lieber als das. Hier. Hier. Fangt an. Oh nein, da geht's wer los. Top 1. Schnell da runterkommen. Drake, komm du auch da runter und gibst Verstärkung. Ihr kümmert euch weiter um alles, was da ankommt. Und jetzt wagt ihr es? Feinde greifen eure Häuser. Ja, natürlich sind die Lidern besonders stark. Das darfst du den Polen ganz schlecht wieder. Drake, mach uns stark. Die Lidern bauen sich natürlich auch den ganzen Sommer über auf, bis sie dann irgendwann im Winter angreifen dürfen. Die Lidern liegt bewusstlos auf dem Schlagfeld. Gruppe Null. Ketten, Meister. Fangranzkanon. Gebt Acht, euer Dorf wird anbitteln. Komm, geht in den Süden lang. Wir bauen das Teiglöchle auf. Hier. Repariert das. Hier. Repariert das da. Baut das da. Das ist echt ärgerlich mit den Roten. Armee 1, macht euch schon mal auf den Weg. Nee, Armee 1 bleibt hier. Armee 2, macht euch auf den Weg. Wie ihr wünscht. Drake, komm nach da hin. Leute. Meter. Repariert das da. Oder baut das da auf. Null. Repariert noch fleißig. Gut. Übrigens, der der Gürtensisch zu euch. Natürlich. So, ihr seid jetzt neue Armee 2. Ich hab getan. Hier ist jetzt die neue Armee 1. Fertig, Meister. Kein Problem. Drake, gehen wir ganz kurz, die beiden Taugen nichts wieder aufheben. Gruppe 0 übernehmt das. Gruppe 0 hackt weiter Leben. Seid so brav. Gruppe 9. Wir brauchen da irgendwelche in Dorf zu truppen. Eigentlich soll ich ein Bier sein. Gebt Acht. Euer Dorf wird angegriffen. Heure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Oh, Drake. Genau. Nein, nein, nein. Die brauchen wir noch. Jawohl. Ja, für Erik. Genau, für Erik. Der liegt da neben mich. Den brauchst du wieder. Hör mir so ein Pilgrim auf. Uns gehen die Steine auch wieder aus. Das ist unglaublich. Aber natürlich. Gerne. Weißt du was? Wie machen wir das am besten? Äh, Gruppe 9. Steine. Armee 1. Macht euch bereit. So, die Handelsedale. Ja. Kommt zurück. Wir kaufen wieder ein Batzenstein ein. In Geld dieses Mal, weil wir davon viel haben. Und dann werden wir gleich das Dorfzentrum da oben mit ein paar Türmen sichern. Denn dazu wird es langsam Zeit. Auf in den Kampf. Aber das Dorfzentrum wieder steht. Können wir anfangen Kanonen aus dem Boden zu schmeißen. Ihr braucht mehr Steine. Ach ja. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Perfekt. Kanonen. Ich tue mein Bestes. Das kann ich. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Der Plan der Abbrechnung. Steuer und Soll. Haben wir den Platz frei. Haben wir. Aber sicher. Ihr werdet angegriffen. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Küste. Nächste Kanone. Nein. Doch. Nein. Geht an. Ja, mein Herr. Ich weiß ja, dass hier eine Wechselung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Das ist doch unglaublich. Armee 1. Bewegt euch. Wir behauen uns ein Dorfzentrum. Geht an. Ausbau fertig. Gebt acht. Euer Dorf wird angegriffen. Ja. Ja. Repariert dagegen. Nur Mut. Wir werden schieben. Seid unbesorgt. Nur Mut. Wir werden sieben. Wie ihr befehlt. Ach, jetzt sollt ihr euch zurückziehen, der feiges Gesendet. Mach sie nieder. Ich bin fertig hier. Du bleibst mal in Bewegung. Das Böde ist natürlich, die hier treffen. Nicht, dass es dich bewegt. Nur Mut. Wir werden sieben. Was dafür stillsteht, umso näher. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wie ihr befehlt. Es ist Zeit. Ich könnte ausbauen. Hier. Ich tue mein Bestes. Seid unbesorgt. Kommen die jetzt wirklich so lang an, bis unsere Truppen sich ja aufgeregt haben? Um und Ehre. Ihr werdet angegriffen. Wie ihr befehlt. Ja. Wir werden die, werden doch die Ablässenschützer für den Angriff benutzen. Der pure Umstand, dass unsere Leute hier praktisch wehrlos gegen alles sind, was sich irgendwie bewegt, ist tragisch. Sofort. Zurück zur Burg. Haben wir jetzt zwei, übernimmt den Job. Wir kümmern uns darum. Ja. Wir haben jetzt auch schon einen Trupp Scharfschützen verloren. Das ist dänlich. Richtig ungünstig. Das ist richtig ungünstig. Und das ist ja, wir sind auch schon ganz ganz gut. Das ist ja. Das ist ja. Und das ist ja. Das ist ja.